Ja, aber ich will nicht immer wechseln. Ne, wieso wechseln? Du machst das einfach vom zweiten Bildschirm. Halt, das geht weiter! Äh, so, moin Leute und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute spielen wir eine kleine Runde auf dem Temulja-Server und ich wünsche euch viel Spaß mit TKHD. Jo. Jo, den verlinke ich euch unten. Und die Ge- Die verstecken sich, weil sie Schiss haben, weil die wissen, dass wir Profis sind. Oder auch nicht. Oder ich kein Profi. Du spielst manchmal eins, was ist eigentlich auf dem Server? Manchmal, ja. Meistens verliere ich. Muss man mal so ehrlich sein. Aber schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ich mich anstelle. Ich spiele, das will ich nochmal dazu sagen, erst seit ein paar Wochen. 1, 2, 3. Ähm, Minecraft. Und ich gewöhne mich hier noch ein. Und schreibt mir in die Kommentare, wie ich spiele. Gut, schlecht. Jetzt bin ich gestorben, Tino. Also TKHD ist ein echter PvP-Gott. Also muss man mal so sagen. Der macht mich immer Blatt, wenn ich gegen ihn spiele. Das sind Ausnahmen. Das sind Ausnahmen. Guck mal hier, nur 0,5 Herzen. Also... Ralf, wie viel hatte der? Der hatte 0,5 Herzen hatte der noch. Also... Wie viel hatte der vorher? Das weiß ich nicht. Ich habe nur gesehen, dass der 0,5 Herzen hatte. Hat er dich gut gehittet? Äh, ja. Ja, schon relativ. Aber ich denke, ich habe den auch gute Hits gegeben. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich jetzt ultra schlecht war. Ich hole mir mal Ralf seine Stats an. 0,22, also er gewinnt sozusagen jeden fünften Kampf. Ich? Wo kann man das sehen? Slash Stats. Wo ist das? Welches Zeichen hier unten? Na, einfach Slash Stats. Achso. Eingeben. Okay. Cool. Ähm, ich müsste wieder drin sein, oder? Ich weiß nicht. Anscheinend irgendwie nicht. Doch, da oben bist du. Ganz versteckt. Warte, kurz das hier als Testaufnahme auch. Ja, warte. Okay, gut. Komm her. Gut, ja. Hat geklappt. Das, was ich halt cool finde bei der 1.8 ist, dass, ähm, wenn ich das Schwert, wenn ich rechtsklick mache, gell? Dass er so das Schwert so, so blockiert. Das finde ich cool. Aber das ist doch nur bei der 1.8, oder? Oder? Ist das so, nur bei der 1.8? Oder kann man das auch sehen? Aua. Der macht gleich guter. Hat er uns schon wieder geforzt? Die Tür zu. Das ist ja, der hat viele Bohnen gegessen. Hat er schon wieder geforzt? Was weiß ich das? Guck mal her hier, guck mal wie das stinkt! Na komm mal her! Ich bin tot! Ach ja! Mann! Warum baut der jetzt? Warum bellt der jetzt rum hier? Hat er geschissen? Sehr cool! Soll ich das rausschneiden? Was? Äh, geforzt, geschissen, Hund. Hä? Nein, es ist drin. Ähm, ist das nur so bei der 1.8, dass ich dieses Schwert, wenn ich rechtsklick mache, ähm, so blocke? Was? Blockt? In der 1.8, gell, wenn ich das, wenn ich, ähm, das Dierschwert oder allgemein Schwerter, äh, mit rechts, wenn ich rechtsklick klicke, äh, klicke, dann blockiere das doch so. Dann blocke ich doch damit. Ja, guck mal. Ist es, ist es nur bei der 1.8 oder ist es auch bei älteren Versionen? Weil dann sagt es so. Okay, ja, ich fand das ganz, sieht cool aus. Ich such mir mal gerade ein Kit aus, ich will aber nicht das Suppen-Kit. Das Varo-Kit, will ich nicht. Ist das? Jetzt geht wieder nix. Es geht wieder nix. Das finde ich halt komisch, manchmal geht's, gell, manchmal kann ich Sachen auswählen, aber auf einmal hört's auf. Jetzt bewegt sich auch keiner wieder. Das ist mir eben schon passiert, gell, ich konnte nix auswählen und es hat sich niemand mehr bewegt. Jetzt bin ich wieder, jetzt wieder, ich bin wieder rausgeflogen. Weil mir Varo ist, du bist drinnen, Ralf. Nee, nee, hier steht, äh, ups, you need to reconnect. Ich bin rausgeflogen. Anmelden, jetzt bin ich drinnen. Wo bist du, Tino? Am Anfang leckt's immer, besonders wenn so viele Personen da sind. Tino, wo bist du? Da oben, ich seh tsch. Ich seh tsch. Ich seh tsch. Oder auch nicht, das bist du doch nicht. Bist du da, bist du? Komm her. Bin ich noch drinnen? Okay, gut. Varo-Kit? Ja, das kann man machen. Ach komm, aber im Varo gab's nie so viele Tränke. Doch. Was? Haben die so viele Tränke gehabt? Ja. Was? Also ich hab Varo jetzt nicht so gezielt geguckt, aber... Die hatten doch nicht so viele Tränke. Doch. Was? Jetzt, jetzt, ich kann jemanden nicht schlagen, alle bewegen sich nicht mehr. Äh, ich lauf durchs Feuer, ich brenn nicht, Tino. Ich flieg gleich wieder raus. Mann, was ist denn das jetzt für ne Scheiße, ey? Ich bin wieder rausgeflogen. Eine vorhandene Verbindung wurde zum... ...remoten Post geschlossen, Verbindung unterbrochen. Wieso flieg ich denn die ganze Zeit jetzt raus? Hä, du bist noch drinnen. Nein, ich bin rausgeflogen. Jetzt bin ich, jetzt bin ich wieder drinnen. Kann ich Sachen auswählen? Ja, jetzt kann ich auch Sachen... Wieso flieg ich denn die ganze Zeit raus? Lieg ich es am Texture Pack? Weiß nicht, kann sein. Nein. Wo bist du? Noch im Kampf von Elbe. Achso, okay, okay. Okay, okay. So Leute, da spielen wir noch schnell eine kleine Runde und damit würde ich die Folge schon beenden, weil wir schon auf einer sehr stolze Zeit von 10 Minuten vorangeschritten sind. Nein, mein Scherz. Nein, mein Scherz. Ich kann es ja so machen, wie schon mal in der anderen Runde, die ich hochgeladen habe. Hol das Mädchen auf den TS. Ach du Scheiße, Alter. Das fand ich ganz... Kann ich dir zugucken eigentlich? Wie kann ich denn dir zugucken? Kids? Ah warte, ich suche erst einmal meinen. Okay, oder auch nicht. Mann! Was willst du mit dem Torsten? So, Ralf, du bist. Ich bin in der Nähe. Da warte ich lange. Ach, da bist du ja schon. Ach, da bist du ja schon. Hallo. Da. Oh, oh. Oh, oh. Jetzt warten wir, jetzt warten wir, wir haben 10 Minuten, Uli. Also ich denke, Luke kommt heute nicht mehr. Luke kommt heute nicht mehr, Paul vielleicht, weiß er nicht. Der hat ja gesagt, ähm, oh, das ist das für ein Scheiße. Ich hasse Suppen. Für ein Scheiße, was? Weil ich Suppen hasse. Oh, der hat sich zu uns gepo... doch nicht, hä? Das ist ein anderes Shitboard. Das heißt? Der hat dafür da, damit wenn du hacken solltest, dass das... das merkt. Achso, Suppe, 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 Alter, Mann. Ich habe keinen Bock auf Suppe, jetzt schlage ich sogar noch mit der Suppe. Wegen der Aufregung, Suppe, Suppe. Oh Mann, wie kann man denn schnell die Suppen auswählen, Mann? Das kotzt ja einen an, Suppe, Suppe. Das ist relativ einfach. Jetzt schlage ich mir das Suppe. Einfach immer wieder Suppen. Ich bin tot. Mann. Mann, das kotzt mich an. Ich hasse, was machst du? Na, Rüstung sammeln, Alter. Ich hasse Suppen. Ich weiß nicht, wie ich die so schnell auswählen kann. Hast du denn einen schon getötet? Aha. Weil man kann ja auch in der Zahlenleiste oben... Gott. Einfach nur ein Gott. So, ich hoffe, es hat euch die Folge gefallen. Lasst ein Like da. Guckt mal bei Dicke HD vorbei. Und dann würde ich sagen... Tschüss und bis zum nächsten Mal. Du, 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 du. Du, 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 du